Hier haben die Gelehrten zwei Meinungen. Manche sagen, wenn du zum Gebet kommst, zum Asar-Gebet kommst, und du hast Zuhr noch nicht gebetet, dann bete Al-Jama'ah, also in der Gruppe, in der Gemeinde, und du betest mit ihnen Asar. Wenn du aber fertig bist, dann holst du das Zuhr-Gebet nach, und damit die Reihenfolge der Gebete bewahrt bleibt, bete nochmal Asar-Gebet. Und dann gibt es eine Gruppe der Gelehrten, die sagen, wenn du zur Moschee kommst, zum Asar-Gebet, und du betest mit der Gemeinde Asar-Gebet, und du hast Zuhr noch offen, dann bete die Jama'ah mit dem Asar-Gebet, weil sie Asar beten. Und dann, danach hol nur das verpasste Gebet nach. Und diese Gruppe, deren Meinung finde ich am stärksten. Warum? Weil der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam uns sagt, Man nama an Salatin au nasiyaha fal yakdihaha haythu zakarahah. Der Hadith ist bei Muslim. Derjenige, der ein Gebet verschlafen hat, oder vergessen hat, manchmal vergisst du, dass du nicht gebetet hast, dann soll er dieses Gebet nachholen, in dem Moment, wo er sich daran erinnert. Der Hadith sagt uns, bete nach und Punkt. Es gibt nicht Reihenfolge und so, das ist alles zusätzliche Dinge für die Schönheit und so, das ist deine Meinung. Ich vertrete nicht diese Meinung. Ich hole nach, was verpasst wurde. Und ich hole das so nach, wie dieses Gebet auch in deren Zeit verrichtet wird. Und es gibt andere Meinungen von Ulema, die finde ich auch nicht so stark. Die sagt, du kommst zum Asr-Gebet und die Gemeinde beten. Du hast aber Zohr noch offen. Was machst du? Sie sagen, weil du ja Zohr offen hast, bete mit der Gemeinde, aber nicht mit der Absicht von Asr. Und was soll ich machen? Mach die Absicht von Zohr. Das heißt, du betest mit ihnen vier Raka'ah, sie beten alle Asr und du betest Zohr. Und danach betet dein Asr. Alleine. Ich finde diese Meinung, tut mir leid, ich akzeptiere diese Meinung aus zwei Gründen nicht. Grund Nummer eins, ich habe mein Zohr-Gebet mit der Gemeinde gebetet, die ja Asr betet. Ich habe mit ihnen mein verpasstes Zohr-Gebet gebetet, obwohl sie Asr beten. Und dann habe ich Zohr verpasst und Asr, was ich ja danach alleine bete, habe ich auch verpasst. Für mich, diese Gruppe der Gelehrten geben die Meinung, dass sie dir alles verpassen lassen. Zohr, was du verpasst hast, betest du mit ihnen in Asr. Und dann ist die Jama'ah beendet und dann sagen sie dir, jetzt bete Asr-Gebet alleine. Und dann habe ich zwei Gebete, die ich, eine ist verpasstes Gebet und ein anderes Gebet ist allein verrichtetes Gebet. Das ist unschön. Zweitens, sie haben gar keine Grundlage beziehungsweise kein Hadith, dass sie so eine Fetsu ergeben. Außer, dass sie sagen, ja, die Reihenfolge muss betrachtet werden. Gut. Ich bete mein Asr, weil die Asr Zeit da ist und ich trenne mich nicht seelisch, spirituell von der Gemeinde. Ich bete mit der Absicht des Imams und mit der Absicht aller meinen Geschwistern und ich bete mit ihnen Asr. Und das, was ich nachholen musste, hole ich nach. Weder Reihenfolge ist notwendig, obwohl das die malikitische Meinung mit der Reihenfolge, obwohl ich maliki bin, hier möchte ich nicht Fanatiker sein. Ich finde diese Meinung nicht unbedingt. Es ist ja eine Fatwa und das ist, man findet das schön wegen der Reihenfolge. Mir reicht das nicht mit der Reihenfolge. Mir reicht das nicht. Etwas verpasst, ich hole es nach. Warum? Der Prophet hat gesagt, wenn du etwas verpasst hast, verschlafen hast oder vergessen hast, dann verrichte das in der Zeit, wo du dich daran erinnert hast. Das habe ich gemacht. Wallahu ta'ala, a'la wa'ala. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.